Hallo und herzlich willkommen bei Boltz Sports Deck. Es freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Mit der Suntorace S, der Corospace Pro und der Polar Vantage M3 sind dieses Jahr drei Sporte unerschienen, die sich vom Funktionsumfang sehr ähnlich sind. Alle haben Offline-Karten, Multiband-GPS, eine reichhaltige Auswahl an Trainings- und Gesundheitsfunktionen und kosten alle weniger als 400 Euro. Falls jemand von euch sich eine der Träuren kaufen möchte, aber sich noch unsicher ist, welche jetzt die beste Wahl ist, dann ist dieses Video genau das Richtige. Ich vergleiche alle drei Uhren miteinander und zeige euch die Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile der genannten Uhren. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Die Suntorace S gibt es in ganzen sechs Farben. All Black, Powder Pink, Powder Grey, Gravel Grey, Power Orange und Power Blue. Der Preis liegt hier bei 349 Euro. Neu dabei ist jetzt auch eine Titan-Version in Titanium Graphite und Titanium Canary für 449 Euro. Die Coral Space Pro kommt in drei Farben, Schwarz, Hellgrau und Blau und liegt bei 399 Euro. Und die Polar Vantage M3 gibt es in den Farben Sand und Schwarz und kostet 399,90 Euro. Die Suntorace S hat einen Durchmesser von 45 Millimeter und eine Dicke von 11,4 Millimeter. Das Gewicht beträgt 60 Gramm für die Standardversion und 53 für die Titan-Variante. Das Gehäuse besteht wahlweise aus Edelstahl oder eben Titan, während das Display durch ein Gorilla-Glas geschützt wird. Der 1,32 Zoll große AMOLED-Bildschirm hat eine Auflösung von 466 x 466 Pixel und erreicht eine Helligkeit von bis zu 1000 Nits und sorgt so für eine gute Ablesbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Die Uhr wird über zwei Tasten und eine drehbare Krone bedient und die Armbandbreite beträgt 22 Millimeter. Die Coral Space Pro misst 46 x 46 Millimeter und ist 14,15 Millimeter dick. Je nach Bandwahl variiert das Gewicht mit dem Nylon-Band. So eines hier zum Beispiel wiegt sie nur 37 Gramm, während die Silikon-Version 49 Gramm auf die Waage bringt. Das Gehäuse und die Lünette sind aus verstärktem Kunststoff und das Display wird von einem Mineral-Glas geschützt. Der 1,3 Zoll AMOLED-Touchscreen bietet mit 416 x 416 Pixel eine sehr hohe Auflösung und ist mit einer Helligkeit von bis zu 1500 Nits auch bei starkem Sonnenlicht gut ablesbar. Die Bedienung erfolgt über eine Seitentaste und eine digitale Krone. Auch hier beträgt die Armbandbreite 22 Millimeter. Die Polar Vantage M3 hat eine Gehäusegröße von 44,7 Millimeter, eine Dicke von 12,2 Millimeter und wiegt 53 Gramm mit dem Armband. Sie besteht aus einem Kunststoffgehäuse und einer Edelstahl-Lünette und das Display ist durch ein Gorilla-Glas geschützt. Der 1,28 Zoll große AMOLED-Bildschirm hat eine Auflösung von 416 x 416 Pixel und erreicht ebenfalls eine beeindruckende Helligkeit bis zu 1500 Nits. Die Bedienung erfolgt über 5 Tasten, 3 auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite und wie bei den anderen Uhren beträgt auch hier die Armbandbreite 22 Millimeter. Die Coral Space Pro und die Polar Vantage M3 bieten mit ihren 1500 Nits das hellste Display und sind damit bei Sonnenlicht klar im Vorteil. Die Coral Space Pro ist zudem die leichteste Option, wenn sie mit dem Nylonband genutzt wird. In Sachen Gewicht und Robustheit könnte die Suntro WSS in der Titan-Variante jedoch für einige Nutzer attraktiv sein. Diese hat übrigens auch das größte Display. Was die Akkulaufzeit betrifft, so stellt jeder Hersteller diese in verschiedenen Modi dar. Ich habe versucht, das Ganze so gut wie es geht in einer Tabelle zusammenzufassen. Bei täglicher Nutzung soll die Suntro WSS 9 Tage schaffen, die Vantage M3 7 und die Coral Space Pro bis zu 20 Tage. Nutze ich die Einstellung für die höchstige Neuigkeit, das heißt alle Systeme und Multiband, dann schaffen Suntro WSS und Polar Vantage M3 30 Stunden und die Coral Space Pro 31. Im energiesparenden Modus schafft die Suntro WSS bis zu 120 Stunden und die Polar Vantage M3 70 Stunden. Coral Space Pro 30 Stunden gibt hier nichts an und wenn ich alle Systeme aktiviere, aber Single Band, dann schafft die Suntro WSS 40 Stunden. Die Coral Space Pro 38 bei der Polar Vantage M3 gibt es hier auch keine Daten. Wie sieht das Ganze in meiner persönlichen Erfahrung aus? Bei täglicher Nutzung sind die Akkulaufzeiten sehr ähnlich. Hier schaffe ich mit der Suntro WSS im Schnitt 6 Tage, mit der Polar Vantage M3 5 und mit der Coral Space Pro 8 Tage. Und der Akkuverbrauch bei GPS Nutzung liegt bei der Suntro WSS und bei der Polar Vantage M3 bei 4%. Die Coral Space Pro ist hier etwas effizienter und verbraucht nur 3,5%. Die Coral Space Pro hat also nicht nur auf Papier, sondern auch bei meiner persönlichen Erfahrung die Nase vorne. Die Laufzeiten der beiden anderen Uhren ist aber auch komplett okay und wahrscheinlich für 90% der Nutzer ausreichend. Beim nächsten Punkt möchte ich euch einen groben Überblick geben, welche Funktionen die Uhren für uns Sportler bieten. Für eine ganz kurze Unterbrechung, falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, beziehungsweise wenn du auch zukünftig keine Videos verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Außerdem würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du das Video bis zum Schluss durchschauen könntest, denn da weiß der Algorithmus, dass das Video auch anderen gefallen könnte. Ich sage Dankeschön und schon geht es wieder weiter. Die Sunto Race S unterstützt das Tracken von über 95 verschiedenen Sportarten. Und mit dem Sunto Plus App Store kann man Sport-Apps, Trainings oder weitere Datenmetriken auf die Uhr laden. Workouts kann man kinderleicht am Smartphone erstellen und mit der Uhr ausführen. Natürlich unterstützt sie auch das tägliche Tracken von Schritten, Kalorien. Man kann den Blutsaustoff messen, aber auch seinen Schlaf aufzeichnen und analysieren lassen. Das Nickerchen am Nachmittag wird übrigens ebenfalls erkannt. Mit der Funktion Ressourcen bekommt man einen Überblick über seine persönlichen Energiereserven im Laufe des Tages. Im Schlaf oder bei erholenden Momenten lädt dieser sich auf und bei Aktivitäten oder viel Stress entlädt sie sich wieder. Damit Übertraining vermieden wird, aber auch ausreichend Trainingsreize gesetzt werden, bietet die Uhr auch eine Vielzahl an Trainingsfunktionen. Mit dem Widget Erholungstraining zeigt die Uhr zum Beispiel an, wie bereit man für ein nächstes Training ist. Fortschritt informiert darüber, wie produktiv man trainiert. Dort bekommt man auch Auskunft über den aktuellen V2 Max, sowie eine Wettkampfprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Unter Training findet man die wöchentliche Trainingsbelastung, sowie die Information, wie hoch diese sein soll, um eine Steigerung der Fitness zu erzielen. Um das Ganze abzurunden, errechnet die Sunto Race S auch den persönlichen HFV-Bereich, der Einblick in das autonome Nervensystem bietet. Den Stress im Alltag, eine Krankheit, Alkohol oder zu intensives Training haben auf diesen Einfluss. Dabei wird nach zwei Wochen ein Normalbereich festgelegt und man kann dann erkennen, ob man in diesem ist oder aufgrund der soeben angeführten Gründe aus diesem herausfällt. Die Chorus Pace Pro hat jetzt nicht so eine große Auswahl an Sportprofilen, aber die wichtigsten sind dabei. Auf der anderen Seite bietet sie viele Trainingsfunktionen, um den Nutzer dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen. So wird zum Beispiel auf der Uhr die Trainingsbelastung ermittelt. Für jedes Workout, das man macht, bekommt man Punkte, je anstrengender, desto mehr Punkte. Auf der Uhr sieht man dann einen empfohlenen Wert, den man innerhalb der Woche erreichen sollte und auch die Aufteilung der Intensität der letzten vier Wochen wird auf dieser angezeigt. Der Intensitätstrend auf der Uhr informiert, wie die aktuelle Belastungsintensität im Vergleich zur langfristigen steht. Optimal ist der Wert zwischen 80 und 130 Prozent. Liegt der Wert zu weit unter 100, baut man Fitness ab, ist er zu hoch, steigt das Risiko für Übertraining oder Verletzungen. Da nicht nur Training, sondern auch Erholung entscheidend für die körperliche Fitness ist, bietet die Pace Pro mit dem Erholungstool eine hilfreiche Funktion, das dann zeigt, wie lange es noch dauert, bis man wieder bereit für ein intensives Training ist. Mit der Lauffitness bewertet Corus die individuellen Laufskills und ermittelt daraus einen Gesamtscore. Hier fließen Ausdauerfähigkeit, die Fähigkeit an der Schwelle zu laufen, flottes Laufen und Sprinten mit ein. So erhält man ein umfassendes Bild seiner Laufleistung und wo man sich verbessern könnte. Und auch die Pace Pro ermittelt eine Wettkampfvorhersage. Nachdem Stressmanagement heutzutage wichtiger denn je ist, vor allem da es großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat, unterstützt die Pace Pro einen dabei, indem sie das tägliche Stressniveau ermittelt. Dieses wird anhand der Herzfrequenz und der Herzfrequenzvariabilität berechnet und zeigt grafisch die körperliche Reaktion auf innere und äußere Reize. Auch hier wird der nächtliche HFV-Status ermittelt, der eben anzeigt, wie ausgeglichen das autonome Nervensystem ist. So sieht man auf der Uhr seinen Normalbereich sowie die Werte der letzten sieben Tage. Aber nicht nur der HFV-Status wird nachts ermittelt, natürlich auch der gesamte Schlaf. So bekommt man Infos zu Einschlaf- und Aufschlafzeiten, zu den Schlafphasen sowie zur Schlafqualität. Last but not least hat man auch die Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsmetrigen zu verschaffen, indem man den sogenannten Wellness-Check durchführt. Dazu legt man den Finger auf die Krone und erhält nach 30 Sekunden aktuelle Werte zu Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Stress, Atemfrequenz und Blutzauerstoff. Bei Polar kann man in der App 20 Sportprofile definieren, die dann auf der Uhr angezeigt werden. Neben dem aktiven Tracken von Aktivitäten unterstützt die Uhr aber auch bei verschiedenen Trainingsfunktionen. Wie auch bei der Chorus Pace Pro wird auf der M3 das Belastungsverhältnis angegeben, Polar nennt es Cardiolod-Status. Hier wird eben auch die langfristige mit der kurzfristigen Belastung verglichen, und ein Wert vermittelt, der in diesem Fall zwischen 0,8 und 1,3 liegen sollte. Das Verhältnis dieser beiden Werte wird direkt auf Tor angezeigt und vereinfacht in einer Ring der Stelle visualisiert, die die vier Belastungsbereiche anzeigt. Das Thema Schlafanalyse wird bei Polar ebenfalls umfassend angegeben. So gibt es die Funktion Nightly Recharge, die zweigeteilt ist. Links sieht man den Alnest-Status, das heißt, wie gut hat sich mein autonomes Nervensystem in der Nacht erholt. Hier findet man Werte wie den Ruhepuls, die Herzfrequenzvariabilität oder die Atemfrequenz. Rechts werden detaillierte Schlafinformationen angezeigt, wie die Schlafdauer, Unterbrechungen und Schlafphasen. Kombiniert ergeben diese eine Einschätzung, wie gut sich meine Batterie über Nacht aufgeladen hat. Darüber hinaus berechnet die Vantage M3 basierend auf meinen Schlafdaten ein Energielevel für den kommenden Tag. Helle, lange Balken zeigen hohe Energiezeiten an, während dunkle Balken darauf hinweisen, dass das Energieniveau absinkt. Außerdem schlägt die Uhr eine ideale Schlafzeit vor, um am nächsten Tag optimal zu starten. Polar bietet darüber hinaus eine Reihe von Tests an, die helfen sollen, die aktuelle Fitness bzw. Erholung zu bestimmen oder Metriken zu ermitteln. Wie den autostatischen Test, der den aktuellen Leistungszustand des Körpers ermittelt, oder auch den Beinerholungstest, der speziell die Erholung und Kraftentwicklung der Beinmuskulatur bewertet, oder auch ein EKG bzw. einen Fitnesstest zu ermitteln des V2-Max. Zusätzlich bietet die Vantage M3 Trainingsvorschläge, die nicht nur Lauftraining, sondern auch Kraft- und Stabilitätsübungen umfassen, ein breiteres Spektrum als bei vielen anderen Sporttouren. Insgesamt bieten alle drei Uhren eine breite Palette und Funktionen für ambitionierte Hobbysportler, die ihre Fitness verbessern bzw. ihre Erholung optimieren wollen. Die Wahl hängt letztendlich davon ab, welche Funktionen und Gesundheitsmetriken für jeden individuell im Vordergrund stehen. Auch beim Thema Navigation und Offline-Karten bieten alle drei Uhren einen sehr ähnlichen Funktionsumfang. Hier im Vorfeld ein kleiner Hinweis. Bei den Aufnahmen sieht man auf den Uhrendisplays oft so schwarze Linien. Die sieht man in der Realität aber nicht, sondern entstehen nur, da die Kamera und die Uhren unterschiedliche Bildwiederholungsfrequenzen haben. Bei Sunto kann man eine Route direkt in der App erstellen, diese dann auf die Uhr laden und folgen. Alternativ kann man auch eine fertige GPX-Tarte importieren und verwenden. Während der Navigation sieht man seine Position oder die Strecke, der man folgen muss, bekommt Abbiegehinweise, wird auf Streckenabweichungen hingewiesen und sieht auch ein Höhenprofil der Strecke. Bei Corus ist es ähnlich. Man kann die Route direkt in der App erstellen oder eine GPX-Tarte importieren. Auch hier sieht man die eigene Position auf der Karte bzw. die Route, der man folgt. Zudem erhält man Abbiegehinweise und wird benachrichtigt, falls man von der Strecke abweicht. Ein Höhenprofil der Strecke wird ebenfalls angezeigt. Das Vorhandensein der digitalen Krone erleichtert hier, aber auch bei der Sunto RSS das Renn- und Rauszummen und Bedienen der Uhr enorm. Bei Polar ist das Ganze etwas umständlicher. Hier muss man eine Route über Komodo oder Strava stellen und das Polarkonto mit diesen Diensten verbinden, um die Strecke synchronisieren zu können. Alternativ lässt sich auch eine GPX-Datei über die Polarflow-Webseite direkt am PC importieren. Hat man das erfolgreich eingerichtet, kann man den Routen folgen, die eigene Position und die Umgebung auf der Karte sehen und erhält ebenfalls Abbiegehinweise sowie hilfreiche Informationen zur Strecke. Die Vantage M3 ist zudem die einzige der drei Uhren, die sogar Städtennamen auf der Karte anzeigt. Alle drei Uhren bieten auch hier einen sehr ähnlichen Funktionsumfang. Zudem bekommt man Abbiegehinweise, Streckenabweichungen oder ein Höhenprofil. Die Core Space Pro und die Sunto RSS haben aber einen ganz klaren Vorteil. Das Zoomen und Navigieren auf der Karte ist hier besonders intuitiv und funktioniert schnell. Bei der Pulsmessung, speziell bei normalen Straßenläufen, entweder mit regelmäßigem Tempo oder auch mit Pulsänderungen, zeigen alle drei Uhren eine sehr gute Leistung. Für die meisten Hobbyläufer dürfte die optische Pulsmessung hier absolut ausreichen. Bei diesem Beispiel kommen alle drei Uhren nahe an die Werte des Brustgurtes heran. Je nach Lauf ist mal die eine, mal die andere Uhr etwas genauer. Bei intensiveren Workouts wie Cardio oder High Rocks Training stoßen die Uhren jedoch eher an ihre Grenzen. Trotzdem liefern sie immer noch akzeptable Werte. Bei der Sunto RSS gab es beim Beispiel hier übrigens eine fehlerhafte Angabe des Durchschnittspulses. Laut App-Screenshot lag der Wert tatsächlich bei 113 Schlägen pro Minute. Die Polar Vantage M3 liefert hier insgesamt die genauesten Werte, auch wenn es im Vergleich zum Brustgurt manchmal deutlich abweicht. Beim Krafttraining wird die Messung dann zum Glücksspiel. Manchmal passen sie ganz gut, oft weichen sie aber deutlich vom Brustgurt ab. In diesem Beispiel hat die Call of Space Pro den Pulsverlauf noch am besten erfasst. Wer hier wirklich genaue Daten will, muss wohl oder übel auf den Brustgurt zurückgreifen. Die Uhren liefern nicht nur bei der Pulsmessung ähnliche Ergebnisse, auch bei der GPS-Messung bieten alle drei ein sehr gutes Ergebnis. Wie man hier sieht, liegen die Linien der drei Uhren oft genau übereinander und weichen nur selten voneinander ab, vor allem wenn es freie Sicht wie auf einem Feld oder der Straße gibt. Im Wald, wo die GPS-Messung schwieriger ist, sind die Linien manchmal leicht versetzt, aber große Ausreißer gibt es auch hier nicht, egal für welche Uhr man sich entscheidet. Die GPS-Genauigkeit ist immer sehr gut. Alle drei Uhren, die Sunto Race S, die Call of Space Pro und die Polar Vantage M3 bieten eine tolle Leistung für Sportler, die umfassende Gesundheits- und Trainingsfunktionen, Navigation und Multiband-GPS suchen und das Ganze für unter 400 Euro. Letztendlich hängt es davon ab, was man persönlich an Funktionen priorisiert. Die Sunto Race S punktet mit einem robusten Design, intuitiver Navigation und vielseitigen Trainingsfunktionen, die sich besonders für Nutzer eignen, die auf eine ausgewogene Balance von Gesundheits- und Trainingsmetrigen Wert legen. Die Call of Space Pro beeindruckt durch ihre Akkulaufzeit das leuchtstarke Display und die detaillierte Trainingsanalyse, die speziell für Läufer und performanceorientierte Sportler geeignet ist. Die digitale Krone erleichtert zudem die Navigation. Und die Polar Vantage M3 hebt sich durch umfassende Erholungs- und Fitnesstests ab, die tiefgehende Einblicke in Schlafqualität und Energielevel ermöglichen. Ideal für Nutzer, die Erholung und Regeneration im Fokus haben und mit externen Plattformen wie Komoot arbeiten. Jede der drei Uhren ist auf ihre Weise attraktiv und ich glaube, es hängt davon ab, wo jeder seinen Fokus hat. Leistung, Navigation oder Erholung. Oder wie seht ihr die Sache? Welche der Drehungen gefällt euch am besten? Oder habt ihr vielleicht sogar eine davon? Dann schreibt es mir in die Kommentare und lasst es mich wissen. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Wie immer sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.